Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, wir können hier natürlich jetzt wieder verfolgen, weil zum ersten Mal seit über 14 Tagen ist der Himmel wieder frei und wir können hier endlich wieder überprüfen, was hier angerichtet wurde, während wir halt nichts sehen konnten. Diese Nebelwetterlagen eignen sich natürlich hervorragend für diskrete Aktionen. Und wir sehen hier einen älteren Trail, der offensichtlich von rechts nach links geführt hat und ich sehe hier auch in der Wolkendecke ebenfalls einen Trail, der ebenfalls relativ junger Provenienz sein dürfte. Gut, ich mache jetzt wieder ein bisschen Fortsetzung mit Fahrrad. Ich habe mir den Luxus geleistet eines Elektrobikes. Ich kann nur sagen, gigantisch. Also schade, dass ich das erst jetzt gemacht habe. Es macht viel, viel mehr Spaß. Es strengt überhaupt nicht an. Es ist einfach nur traumhaft. Gut, also ihr habt das gesehen hier. Wir sind glücklich, dass sie noch nicht arbeitslos geworden sind. Ende.